Hallo, 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 hier ist wieder Schoki bei OK New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das da ist der Marc Hagenbeck. Und der Marc Hagenbeck ist ja Mentalist und Gedankenleser und macht ja solche komischen Schuhe. Das stimmt. Du hast ja da richtig Publikum stehen. Ja, das ist so, ja doch. Ich habe ja mittlerweile zwei Shows und da sind immer ein paar hundert Leute, Publikum, sind schon da. Ja, genau, die neue Show der Psychotainer. Bei mir heißt Team Shoki Banuki. Genau, wer sich mal informieren möchte über meine Show, kann das natürlich gerne tun unter www.marc-hagenbeck.com und auf Facebook und auf Instagram. Und bei Mutti. Heute am 27. Februar hat Geburtstag, beziehungsweise sagen wir mal so, geboren am 27. Februar ist Konstantin Wecker der Große. Also Konstantin der Erste. Das war 272. Ja, 272 ist er geboren und hieß eigentlich Falvius Valerius Konstantinus und war der römische Kaiser von 306 bis 337. Naja. Ja, ja. Und der hat die Konstantinische Wende eingeleitet, also das Aufstieg des Christentums ermöglichte. Und 1313 hatte die Religionsfreiheit im Römischen Reich eingeführt. Und er hat auch noch, ist auch noch Namensgeber für Konstantinopel. Konstantinopel kennen wir heute als Istanbul. Rasta. Warum sagst du das so bescheuert? Naja. 27. Februar, da war noch was anderes. Du hast da noch was auf der Pfanne. Da war noch was anderes und zwar 1981 am 27. Februar wird in Spanien Leopold Calvo Sotelo zum neuen Ministerpräsidenten gewählt. Calvo Sotelo. Und das Besondere an der Sache war, dass er das am 23. Februar schon mal probiert hat, da ist es nur leider gescheitert, weil da gab es einen Putschversuch vom Oberstleutnant Antonio Telleros, in Spanien heute unter der Bezeichnung 23F bekannt. Also die Spanier unter euch wissen, was 23F bedeutet, sie konnten vorher schon was damit anfangen. Wir wissen ab heute, dass das Ganze am 27. Februar stattgefunden hat, also diese diese Einführung nach. Pass auf. Fakt des Tages. Ein Golfball, der auf einem Platz in 2000 Meter Höhe abgeschlagen wird, fliegt 10% weiter als auf Meereshöhe. nochmal, hab ich nicht verstanden. Ein Golfball. Ja. Der auf 2000 Meter über Normal Null abgeschlagen wird. Ja. Ach so, jetzt verstehe ich's. Ja. Ja, da ist die Luft dünner. Fliegt 10% weiter als würde er auf NN abgeschlagen. Verstehe. Auf Normal Null. Ja, verstehe. Auf am Strand. Mit dem gleichen, mit dem gleichen Voraussetzungen. Das hat was mit der Thermik zu tun, Janos? Also mit der Dünnheit der Luft? Gehe ich davon aus, dass er weniger Widerstand hat. Gut, er hat natürlich auch eine Flugbahn, ne? Also er hat ja auch eine Flugbahn. Nee, eine Flugbahn. Die Flugbahn ist dieselbe. Das ist alles plano vergleicht. Du kannst ja solche Sachen nicht vergleichen, dass er den Berg runterfliegt. Nee, aber er hat ja eine höhere, er hat ja eine größere Fallhöhe. Und das hat wahrscheinlich auch ein bisschen was mit der Erdanziehung zu tun, dass er da weiterfliegt. Käse! Also pass auf. Ja, du musst dir vorstellen. Du musst ja wissenschaftlich betrachtet, so zwei Vergleiche, so ein Vergleich, musst du ja mit gleichen Voraussetzungen, mit gleichen Parametern angehen. Das heißt also, da ist Plano eine Wiese mit dem gleichen Grashalmen. Ja. Auf Normal Null und auf 2000. Ach so, verstehe ich. Und da wird er abgeschlagen und er fliegt 10% weiter, also nicht 100 Meter, sondern 110 Meter. Ich dachte, er fliegt, nein, ich dachte, er schießt den Ball von 2000 Meter Höhen ab und er fliegt abgeschossen weiter als auf Normal Null. Ja, er fliegt auch weiter. Nee, aber du gehst davon aus, dass der Golfplatz auf 2000 Meter Höhe liegt. Ja, natürlich, was denn sonst? Ich dachte, von 2000 Meter Höhe wird es abgeschossen und fliegt dann so runter quasi auf Normal Null. Nein! Nein! Haben wir jetzt geklärt, alles klar. War ein kleiner Gedankenfehler meinerseits. Ist ein kleiner Gedankenfehler, das war voller völliger Hochdruck. Das ist so ein Klugscheißer, so ein Klugscheißer. Ey, ich sag dir. Wer es genauso verstanden hat, wie ich im ersten Moment, der kann das bitte ja jetzt mal unten in die Kommentare reinschreiben. Nee, mach mal anders. Wer es richtig verstanden hat von Anfang an, der schreibt es unten in die Kommentare. Da kommen nämlich mehr Kommentare zustande, als was du da verzapfst. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Das war der 27. Februar. Wir sehen uns morgen wieder am 28. Februar. Bis dahin, sag ich. Macht's gut. Cheerio mit Sophie. Tschüss.